Musik Also, das ist mein Lieblingsbild von uns, weil es einfach mal ein Bild nicht auf dem Eis ist. Und ja, es war einfach ein schöner Tag in den Bergen, wie man gesehen hat. Und ich finde, es beschreibt auch einfach unsere Beziehung gut, weil wir verstehen uns nicht nur auf dem Eis super, sondern auch neben dem Eis. Und Ruben ist eigentlich für mich wie ein großer Bruder. Und ja, ich finde, das zeigt, dass wir Spaß haben an dem, was wir tun. Musik